Berge, Genuss, Erholung. Endlich Urlaub. Und mit der richtigen Begleitung ist ein reibungsloser Ablauf kinderleicht. Die mobile Urlaubsbegleiterin Clara in Kombination mit der mobilen Gästekarte bietet Ihnen viele Möglichkeiten im Brandnertal, Klostertal und im Bluedenz. Und das alles direkt auf Ihrem Smartphone. Übrigens, mit der Gästekarte Premium profitieren Sie noch mehr. Wie funktioniert's? Melden Sie sich an. Das können Sie entweder über den Link in der Einladungs-Mail Ihrer Unterkunft oder direkt über die Website. Zu dieser kommen Sie übrigens auch durch Scannen des QR-Codes. Danach sehen Sie im Menü Ihre Reisedaten, Infos zur Region und Wetter, mögliche Aktivitäten und vieles mehr. Aktivieren Sie in der Web-App auch Ihre mobile Gästekarte. So haben Sie alle damit verbundenen Möglichkeiten immer dabei. Clara begleitet Sie online und immer top aktuell durch Ihren Urlaub. Melden Sie sich jetzt zur Clara an. Mit der Gästekarte Premium profitieren Sie im Sommer zudem von unbegrenzten und kostenlosen Bergbahnfahrten. Damit können Sie ohne langes Schlangestehen das Seilbahndrehkreuz passieren. Sie bekommen diese ab einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten in einer Partnerunterkunft. Noch Fragen? Besuchen Sie gästekarte.at. www.prämium Untertitelung des ZDF, 2020